Gucken wir uns nochmal ein paar Aktien-News an. Wie gesagt, es gab nicht super viel, aber doch einiges, über das es sich zu sprechen lohnt. Wir starten mit NIO. Genau, wie Dustin es gerade schon angesprochen hat, die Earnings-Season ist so ein bisschen am Auslaufen, aber wir haben NIO als einer der wenigen Werte, die Quartalzahlen vorgelegt haben, die Umsatz und Gewinn über den Erwartungen lag. Da man konnte so ein bisschen die Verluste reduzieren, die Margen ausweiten, den Umsatz durch die Auslieferung der Fahrzeuge verdoppeln und stellte auch einen positiven Ausblick dar, dass man nächstes Jahr oder nächstes Quartal potenziell ein Rekordquartal verzeichnet mit weiteren Steigerungen in den Auslieferungen. Und man kann grundsätzlich sagen, dem Automobilmarkt geht es ja auch, wir sehen es vielleicht aktuell in Deutschland nicht so gut, die E-Auto-Hersteller bauen eigentlich ihre Margen trotzdem weiter aus, insbesondere im asiatischen Raum, während wir hier eher Probleme im Absatz haben. Und jetzt muss man sagen, sind wir bei NIO, jetzt könnte man sagen, plus 24 Prozent, das ist ja ein Wahnsinnsergebnis, aber natürlich auf große Sicht auf einem sehr, sehr starken Abwärtstrend. Und ihr seht den Chart-Ausschnitt, den wir hier genommen haben, wir kommen sogar von noch weiteren Hochs hier oben, sondern man ist wirklich in einem Moment schon, wo man über 90 Prozent teilweise des Kurses verloren hat. Und jetzt gibt es halt diesen Impuls nach oben mit plus 24 Prozent. Und es könnte auch der Durchbruch potenziell sein aus diesem negativen Trendumfeld. Das heißt, es könnte sein, dass man hier diesen Negativ-Trend mal durchbricht. Das steht gerade so ein bisschen im Fokus und das liegt auch daran, dass man versucht jetzt, wie gesagt, auf diesem Momentum aufzubauen. Die asiatischen Märkte haben aber weiterhin doch noch ein paar Probleme und dementsprechend ist es ein bisschen mit Vorsicht zu sehen, insbesondere wenn man sieht halt, wie gesagt, was in den letzten Wochen hier passiert ist. Wir gehen weiter. United Steel. Genau, da gab es ja im Vorfeld eine Übernahme oder es sollte eine Übernahme geplant sein. Das Transaktionsvolumen waren knapp 14 Milliarden Dollar. US-Deal oder States-Deal-Corp ist ein Stahlproduzent. Der sollte von Nippon, Nippon-Steel aus Japan übernommen werden. Dem hat sich jetzt so ein bisschen die Demokraten, der noch amtierende Präsident Joe Biden, entgegengestellt mit seinem Vetorecht. Genau, das hat so ein bisschen mehr einen politischen Hintergrund. Nächste Woche ist ja das TV-Duell zwischen Kamala Harris und Trump. Und dann im Anfang November stehen die Wahlen an, dass man so ein bisschen einfach die Stahlwirtschaft dafür nutzt, für den politischen Wahlkampf, weil es eine alte Industrie ist, die viel Tradition hat und natürlich auch sehr nahbar ist im Vergleich zu Industrien wie die Finanzindustrie oder die Tech-Industrie. So ein bisschen politischen Hintergrund. Ja, man kann durchaus sagen an der Stelle, dass Biden jetzt grundsätzlich wahrscheinlich kein großes Interesse an diesem einen Unternehmen hat. Aber es ist halt so, dass der Präsident immer ein Vetorecht hat bei Übernahmen, insbesondere auch auf ausländischen Übernahmen. Und gerade ist es halt so, dass es wirklich um das Thema geht, ja so ein bisschen US-first, was Trump ja auch sehr, sehr stark spielt und darum geht, dass man Schlüsselindustrien im Land behält. Und das ist das Szenario. Die Aktie hat dementsprechend deutlich abgegeben. Es gab, wie gesagt, mal die Euphorie aus der Übernahme. Jetzt den Abklang. Das ist auch schon fast alles, das es hier so zu sagen gibt. Gehen wir nochmal weiter. ASML, also wieder Halbleiter. Genau, wieder Halbleiter. Wir haben es ja auch gesehen mit Broadcom. Auf die werden wir gleich noch eingehen. Es ist ein Hersteller von UV-Lithographie-Systemen, also quasi in der Wertschöpfungskette einen Schritt davor, die quasi die Anlagen für die Auftragsfertigere, TSMC, Intel und, und, und fertigen. Da gab es neue Vorschriften von der niederländischen Regierung, dass man quasi alle Exporte, insbesondere nach China, dafür eine Lizenz braucht oder die erstmal genehmigt werden, weil man so ein bisschen von dem Hintergrund einfach, dass diese Anlagen potenziell auch für Waffensysteme oder militärische Anwendungen missbraucht werden, dass hier der Hintergrund. Und neben diesem, ja, auch regulatorischen Problem hat man auch natürlich diesen starken Abverkauf, der nach den Nvidia-Zahlen war, was dann quasi den weiteren Abwärtstrend so ein bisschen beschleunigt hat. Hier kommt so einiges zusammen, kann man sagen. Es gibt zum einen immer dieses Problem, was machen die China-Exporte? Auch Nvidia hat ja Beschränkungen. Man stellt da etwas schlechtere Chips her, die nicht in diese Beschränkungen fallen. Ähnlich ist es auch bei ASML. Da stellt man ältere Beschienen her, die nicht in diese Beschränkungen fallen. Denn der chinesische Markt ist halt riesig. Und nicht umsonst gibt es diese Spannungen zwischen Taiwan und Festland, China kann man sagen, wo es halt darum geht, dieses Geschäft rund um die Chip-Erstellung auch für sich einzunehmen und zu nutzen. Und ja, das sind große geopolitische Sachen, aber wie du sagst, auch Wirtschaftswachstumszahlen, die waren leider so ein bisschen enttäuschend zuletzt bei Nvidia und jetzt auch vielleicht bei Broadcom, auch wenn die Zahlen grundsätzlich gut waren. Alles zusammen hat dann da geführt, dass die Aktie abgegeben hat. Es gab hier mal die Hoffnung, dass man über diese Tausender diese magische Grenze durchbricht. Das hat sich dann nach den Zahlen eingestellt und auch jetzt wieder mit diesen neuesten News. Jetzt pendelt man sich hier wieder um die 680 Euro ein. Ist ganz spannend, weil es dann doch wieder mal einer der größten europäischen Unternehmen überhaupt ist. Und es ist so etwas im Technologie-Sektor relativ einzigartig ist in Europa. Auch so die Nummer eins der Weltspitze, was zumindest das Thema Lithographie-Systeme angeht. Wir gehen noch mal weiter zu Broadcom, denn jetzt wird es noch mal spannender. Genau, die haben auch Zahlen geliefert. Umsatz und Gewinn über den Erwartungen, was nicht so anklang bei Investoren gefunden hat, war der Ausblick, der nur in Laien war. Also wie gesagt, die ganze Wachstumsfantasie, Euphorie, wie du es schön gerade angesprochen hast, die geht so ein bisschen verloren. Zudem muss man zu den Quartalzeiten sagen, sie haben im dritten Quartal einen Nettoverlust erzielt, aber dies aufgrund von Steuerrückstellungen, die gebildet werden mussten. Und vor Jahresquartal war man deutlich positiv. Zudem weiß man immer mehr natürlich jetzt aufgrund dieser AI-Euphorie des Marktes spezifische KPIs aus über die Chips. Und dies waren immer so bei 12 Milliarden in diesem Quartal. Also man kann bei Broadcom ganz grundsätzlich sagen, wir haben wieder gute Zahlen gehabt, wir haben wieder hohe Gewinne gehabt, Dividendenwachstum steht im Fokus. Alles ist eigentlich so wie erwartet und wenn alles so wie erwartet ist, in einem Markt, der in Euphorie schwebt, dann führt das dazu, dass so eine Aktie auch dann mal abgestraft wird, insbesondere wenn es bei Nvidia auch ähnlich gelaufen ist. Man muss sagen, das Problem kommt ja auch gar nicht vom Chipmarkt, sondern eher vom Breitbandmarkt, also eher einem klassischen Geschäft, das so ein bisschen schwächelt. Und dementsprechend diese Umsatzprognose für die Zukunft vielleicht nicht ganz so hoch ausfallen lässt, wie sich das viele dann erhofft hätten. Luca hat es aber schon gesagt, die Erwartungen waren so hoch wie gedacht. Man hat sie nur nicht übertroffen und man erwartet ab und zu dann doch schon das Übertreffen der Erwartungen in diesem Marktsegment. Broadcom, weiterhin glaube ich, ein sehr, sehr spannender Kandidat, war zuletzt in den Schlagzeilen der CEO, weil sie diejenigen sind, die diese Chips herstellen. Das hast du bestimmt auch schon gehört, Luca. Die quasi individuell designt werden können von den großen Technologiekonzernen. Nvidia macht die Standardchips in extrem hoher Qualität, die sehr, sehr schnell sind. Broadcom macht sie sehr individualisiert. Und der CEO hat zuletzt gesagt, dass er glaubt, dass die großen Konzerne auf die persönlichen, individualisierten Chips setzen für individualisierte Lösungen. Das heißt, er glaubt hier weiter an sehr, sehr viel Euphorie. Ich glaube, der Kurs, der oben hier zeigt, man hat zwar hier so eine M-Formation, ich habe sie mal eingezeichnet, aber hier kommen einige Widerstände auch auf den Kurs zu, einige Unterstützungslinien, die quasi dazu führen können, dass es hier deutlich auch wieder eventuell so einen Bounce im Markt geben kann. Also weiterhin sehr, sehr spannend bei Broadcom. Hermes. Genau, bei Hermes, aber auch LVM Asch, der ganzen Luxusbranche, ging es so ein bisschen bergab oder zuletzt unter Druck geraten, da einmal der große Absatzmarkt in China, wo so ein bisschen man schwachen Binnenkonsum hat, auch inzwischen mit Inflation zu kämpfen hat. Das hat so ein bisschen die Zurückhaltung des Konsums gefördert, aber auch in Europa und den USA sieht man so ein bisschen Zurückhaltung generell. Und ja, was so ein bisschen verloren gegangen ist, man dachte, egal wie es mit der Wirtschaft läuft, Luxus wird immer gekauft, diese Fantasie ist so ein bisschen auch eingebrochen und wir haben keine Quartalzahlen gesehen, es war generell einfach nur die Branche, die so ein bisschen immer weiter unter Druck geraten ist, deswegen Hermes, minus 12, aber auch LVM Asch letzte Woche, wo die so ein bisschen auch runtergezogen wurden, ist knapp 10% im Minus. Genau, man sieht ganz grundsätzlich, die Luxusbranche kämpft halt weiter, kämpft auch weiter auf hohen Niveaus, ist auch bei LVM Asch nicht die Höchstkurse, aber auf weiteren hohen Niveaus. Und hier muss man sagen, sind halt diese Aufwärtstrends so langsam so ein bisschen gebrochen, deswegen ist er hier auch nochmal eingezeichnet an der Stelle. Es geht einfach hier auch wieder um das Thema Wirtschaft und Ausgaben dann auch für den Luxussektor. Die Aktien haben verloren, die Unternehmen haben verloren, weil es halt nicht mehr diese große Euphorie gibt, aber es gibt immerhin noch die großen Ausgaben, wenn jetzt die Wirtschaft weiter schwächelt, dann ist natürlich die Idee oder die Warnung quasi an Unternehmen, dass die Umsätze hier weiter zurückgeben, denn auf Luxus kann man verzichten. Ob es dann soweit ist oder soweit kommt, weiß man immer nie. Was wir aber wissen, dass aus den Rezessionen ganz grundsätzlich meistens immer die Reichen am allermeisten verdienen und das würde den Sektor dann potenziell wieder ankurbeln. Wir sind gespannt, was es weiter gibt. Und jetzt gucken wir noch zuletzt uns den deutschen Autobauer an, der ja immer wieder zuletzt in der Woche auch in den Schlagzeilen war. Genau, du hast so ein bisschen diese negative Presse ja schon angesprochen. VW, Europas größter Autobauer, wusste ich auch davor nicht vor, ich nachgeguckt habe, ist so ein bisschen in wirtschaftlicher Schieflage und das auch nicht seit gestern, auch schon seit geraumer Zeit, so ein bisschen die Profitabilität schwindet, die Margen engen sich ein. Das hat so ein bisschen, wir haben es bei NIO gesehen, die disruptiven und schnell wachsenden Autohersteller, gerade die E-Autobauer, verdrängen sie nicht nur aus dem asiatischen Markt, sondern so ein bisschen auch im europäischen Markt. Wir haben die Preiswettkämpfe auch bei Tesla gesehen und und und. Zollstreit. Genau, Zollstreit, Handelsbeschränkungen durch USA. Das sind alles Faktoren, die die Aktien so ein bisschen oder den ganzen Automobilsektor so ein bisschen nach unten bewegt haben. Genau, zuletzt hat man, was jetzt die letzte Woche für einen Abwärtstrend gesorgt hat, war einfach die Jobgarantie, die man quasi nicht aufgegeben hat, Stellenentlassungen, Werkschließungen und und und. Also es gibt aktuell nur negativ um die VW-Aktien. Man kann ganz grundsätzlich sagen, dem Konzern geht es nicht gut, Werke werden geschlossen, Marken geht es nicht gut, Audi legt immer mehr Modelle zusammen, weil es keinen Absatz gibt. Man schafft es nicht, auf diesen E-Auto-Trend wirklich aufzusetzen. Auch dort schwindet der Absatz. Der Verbrenner zeigt es aktuell, hält das Geschäft noch einigermaßen stabil, aber die Konkurrenz aus Asien wird halt immer deutlicher. Ja, und man muss sagen, wir sind jetzt mittlerweile auf so einem Unterkurs, auf so einem unteren Band des Kurses aufgesetzt, jetzt seit dem Jahr 2021. Das heißt, der Trend geht tendenziell auch eher in eine negative Richtung. Wir sehen das hier auch immer, deswegen habe ich diese zwei Bögen hier mal eingezeichnet. Immer tiefere Tiefs, tiefere Hochs. Der Trend ist doch relativ deutlich. Weiterer Stellenabbauschließungen. Klar wird man potenziell vielleicht etwas profitabler. Für eine wirkliche Geschäftsskalierung scheint es dort gerade nicht zu geben. Und deswegen, ah, wie Luca gerade sagt, eher nur negative News gerade zu VW. Das ist doch relativ wichtig. 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 Bis zum nächsten Mal.